ich glaube bernhard du musst ein bisschen herankommen hallo ich stehe hier über den dächer nicht von hitzer sondern unseres studios und freue mich schon ich habe alle kabel kontrolliert am 9 11 geht es wieder los neue folgen von wer weiß denn sowas und dahinten mal noch eins und usb kabel